Sehr spannendes Thema ist auch Cyber Security im OT-Umfeld und man muss sich also hier überlegen, wie kriege ich einerseits die IT zusammen und zum anderen die langen Lebenszyklen in der Elektrotechnik und im Maschinenbau. Deswegen haben wir uns entschieden, den Bluetooth-Chip, das Radio nicht direkt auf die Platine zu bringen. Das hat erstens Zulassungsvorteile und zum anderen, wenn wir jetzt einen aktuellen Bluetooth-Chip draufbringen und unsere Produkte 10, 20 Jahre im Feld sind und eingesetzt werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Chip in 10 Jahren irgendwelche Cyber Security-Lücken hat und angreifbar wäre und damit dann am Ende die Pumpe der Verdichter angreifbar ist.